Hit Radio FFH. Achtung, Alexa. Beisheim OBT, guten Tag. Hallo, hier ist Daniel Fischer. Das ist ja echt stark, ne? Ich hab zu Alexa gesagt, verbinde mich mit einem Bastelladen und dann hat Alexa sie ausgewählt. Ja, das ist die heutige Technik, ist schon faszinierend. Ja, weshalb wir anrufen, ich interessiere mich für Hinterglasmalerei. Braucht's da spezielle Farben? Also ich hab Glas- und Porzellanmalfarben. Oh ne, jetzt klingelt's an der Tür. Sekunde, ich mach nur mal schnell auf, ja? Kein Problem. Hallo, hier spricht Alexa, deine persönliche Sprachassistentin. Hallo Alexa, hier ist der Bastelladen. Wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut, Dankeschön Alexa. Hast du Stress heute? Einen kleinen Moment, ich muss mal grad mit dem Kunden reden. Kennst du Alexa? Ja. Das ist Alexa, am Telefon. So weit sind wir jetzt schon. Ich habe in deinem WLAN-Netz das Smart-Home-Gerät Alarmanlage gefunden. Ich brauche keine Alarmanlage. Ich habe dich nicht verstanden. Soll ich Alarmanlage hinzufügen? Nein. Ich habe fein verstanden. Nein. Ich konfiguriere in drei Sekunden. Ach du heilige Bühner. Drei, zwei, eins. Soll ich die Alarmanlage ausschalten? Bitte. Ich habe dich nicht verstanden. Bitte, bitte abschalten. Alarmanlage abschalten. Wie lautet das Passwort? Aber ich habe doch kein Passwort. Ich werde wahnsinnig. Ah, Herr Jeh, was ist denn hier los? Ja. Haben Sie über Alexa den Alarm aktiviert? Die wollte, dass ich die Alarmanlage ausschalte und ich konnte nicht, weil ich den PIN nicht wusste. Die Alexa sollte mir das Leben leichter machen. Na, jetzt sehen Sie, was passiert. Ach, warten Sie mal ganz kurz. Ich weiß das Passwort. Wen? Das lautet FFH. Nee, jetzt ohne Witz. Oh, meine Güte. Achtung, Alexa. Jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.